Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Samron. Die Jungs da oben und Mädels sterben da grad oben an der Oberfläche von diesem Planeten und die stehen in der Mitte von dem Planeten und loot grad den Käse aus dem Haus. Nö, ich bin nicht mehr auf dem Planeten. Ich bin auf einem anderen. Du bist auf einem anderen? Ich bin auf einem anderen. Wie du bist auf einem anderen? Ja, ich bin auf einem anderen. Der gibt's auch seit deinem. Wieso hier war's so witzig und wassrig? Seid ihr? Ne, ist Kohle. Ufo, okay, gell? Warum seid ihr weggeflogen? Wer ist nämlich hier als Frau? Hallo! Du machst das schon. Was sind wir jetzt eigentlich? Aber nur weil ich eine selbstständige Frau bin, ja. Auf einem anderen Planeten. Das gefällt mir gar nicht, was da unten uns erwartet. Ja, ist ein bisschen was. Alter, jetzt schon wieder Tatenium, Alter. Wir müssen leider in die Mitte des Planeten so ein bisschen. Ich will aber nicht erträgen, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott! Passiert nicht. Hup! Hä, wie? Hup! Ich habe Ihnen jetzt noch mal was in der letzten Folge gesagt. Gebt euch bitte nicht zu mir! Äh, warte mal Leute, ich bleib mal oben. Ja, ich geh mal wieder. Nein, ich geh wieder hoch. Ich geh mal... Hup! Hup! Ich glaube, du hast es verstanden, was ich immer wieder gemeint habe. Ist ein bisschen tief. Mhhh, echt wirklich? Mit ganz viel Pech bin ich gerade eventuell wieder auf dem Ozeanplaneten. Ich bin jetzt nicht wieder auf dem Ozeanplaneten. Ja, das ist ein Ozeanplanet würde ich sagen. Auf jeden Fall. Hup! Geh mal wieder... Ich geh mal wieder hoch mein Schiff. Ich flieg mal den nächsten Planeten an. Ich bin in meinem Schiff. So, da hinten ist doch noch einer. Was hat der denn? Da fliegen wir noch mal ein. Hallo Knuddel! Na? You're fine, Knuddelie. Du riesen Popcorn! Oder Marshmallow! Das ist schon mal keiner. Ich weiß nicht, was ich ihn nennen soll. Bibi, ich will mich zum Jam. Ja, das ist mir egal. Zum Jam. Zum Jam. Noch ein bisschen. Jam. Jam. Dann hab ich's hinter mir. Mhhh. Bin ich noch an. Ich komme dazu. Dürfen wir eigentlich Schleißwerbung machen? Nein. Nein. Okay. Warte. Nicht für Getränke. Äh, ne. Eigentlich kann ich so Depp haben. Achso. Kommt drauf an für was. Ich weiß das ja nicht. Akustische Unterstützung. Ist er wieder auf dem Planeten? Oh, Flora! Auch nicht. Möglich. Direkt bei einem Dorf. Au! Das ist eine Gäste. Au! Und greife eine rein. Au! Alles klar. Liedliche Tiere schötet es. Herzlichen Glückwunsch. Au! Hä? Dankeschön. Das sind nämlich deine drei. Weil ich musste dir... Ich hab... Guck, ich nehm den da mit. Hm. Entschuldigung. Au! Wollt ihr dich nicht hören? Baumfälsch! 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 Müssen wir nicht irgendwas scannen? Au! Au! Nee, wir wollen Titanium sammeln. Du Lümmel! Titanium! Titanium! Ich beklaue jemanden, der schläft. Das ist irgendwie schlecht. Nein, das ist gut. Ist doch alles gut? Der kickt doch gar nicht mit. Nicht gut für meinen Karma. Oh, Alter! Alter! Na doch! Alles gut! Kannst du das nicht mitnehmen, bis wir mich verarraschen? Doch, jetzt! Das riech ich nicht zu. Ich habe jemanden beklaut, der wacht ist. Oh, das ist aber auch nicht. Oh, 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 böse, böse, böse. Ui! Alter! Schöne Innenanrichtung hast du. Ich glaube, wir mal kurz hier... Ich mach deine Wagen mal kurz kaputt. Dann die Kisten haben. Was ist los? Ach, der Sam wieder. Ja, der... Nur so ein bisschen vertäglich. Ich habe Titan gefunden. Mal bitte. In der Kiste. Huch! Brauchen wir alles. Ah! Wenn es sein muss, looted den ganzen Planeten leer. Okay. Bis er ausgehöhlt ist. Bis er nicht mehr existiert. Das war der Oceanplanet, der wohl nicht abgesetzt hat, sondern abgehauen soll. Wir haben doch niemanden abgesetzt. Du bist da ausgestiegen. Das würde ich vergessen haben, war notwendig. Ja, dafür habe ich mehr Loot wie ihr. Oh, es wird windig. Oh! Ja! Pollenattacke! Uah! Äh, was ist denn das denn denn? Trotzdem warte ich eigentlich eine Minute auf, dass Selina mir irgendwie mal ein Duster herstellt. Nein! Geh weg! Kann ich nicht! Ich habe doch nachgeguckt! Kannst du schon! Nein! Wenn die scheiß Schmiede abgedediert ist! Und dafür brauchen wir Titanium! Ach so. Hä, warum kann ich das nicht? Äh, äh... Hä, warum kann ich das nur drei Minuten machen? Oh, cool! Ich bin in der Höhle! Cool! Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt wollte, aber... Ich bin gerade sehr verwirrt. Hui, da sind Mops! Schmarisch, alle kaputten, ihr Pimmel! Hab ich noch was zu essen? Guck mal, Vivi, kannst du das da unten nehmen? Ich nicht! Das da? Ja! Hat jemand Essen? Komm, 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 ruhig, komm, ruhig, komm! Komm, 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 alle! Die Damen? Ne, ne? Sie kommen zu Hause! Hat jemand Essen? Äh, ja! Wo bist du? Guck mal jemanden zu. Äh, aus dem Dorfdorf. In einer Höhle. In einer Höhle aus dem Dorfdorf. Welch genauer Wertbeschreibung! Guck schon mal vorwärts. Ach, da bist du! Das ist ein Häschen! Buh, wieder auf! Man auch! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Wie kann ich das wegschmeißen? Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Oh, nice, Alter! Ich hab schon wieder die Mathe zusammen, dass ich meine nächste Rüstung craften kann! Ach, ach, ach! Oh! Huh! Huh! Hey! Hey! Pff! Hä? Wolltest du essen? Ach so, warte mal gerade! Hab ich ja... Ja, ich wollte essen! Ach so, ja! Ich muss das auf Monster werden! Ach so! Hä? Essen, essen, essen! Dankeschön! Bitteschön! Ich meine, ich wollte die ganze Zeit nichts sagen! Ach so! Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie alleine drauf kommt! Aber ihr wisst schon, dass ein Ocean Planet arm von Mobs ist! Und ihr viele rauslooten könnt! Ja, weiß ich! Ja, das mit der Arm das nicht wissen ist doch wohl klar, oder? Ja, deswegen hab ich gefragt! Wo ist eigentlich Vivi? Vivi! Ich bin auf dem Weg! Ich such ne Höhle! Lala! Sonnenschein! Wunderschön! Wow! Guck mal hier, wie natürlich hier, wie natürlich das hier gewachsen ist! Ja! Sehr natürlich! Aua! Alles klar! Ich würde mich jetzt hier nach unten! Ja! Viel Spaß! Wir kommen hinterher! Oder? Ja! Hey! Kommst du? Wo bist du? Ah! Ich hab da ein bisschen was gelootet! Nein! Und da ist ein Vieh! Wo wo? Aua! Ah! Ich komm hier nicht raus! Ah! Ich hab's runtergeschubst! Geil! Wie gemein! Naja, es wollte mich angreifen, ich bin gesprungen und dann war es auf einmal weg! Ich hab's nur ein bisschen outplayed! Au! Schon wie ich bei Death Guard immer die Killer, gell? Ja! Ja! Hier ist ne Kiste, Lena! Kiste! Danke schön! Alter, ich hab ne Underground Dungeon gefunden! Never! Warte zum Zähnen! Nein, lass mich! Jetzt könnt ihr mich den Loot auch alleine abgrafen lassen! Nein! Ah! Nein! Ah! Jetzt ist keiner zu meinen Loot mehr! Ihr habt mich zurückgelassen auf den Planeten, ihr Benner! Immer! Frag dich doch mal warum! Wie gemein! Oh, Alter! Da haben wir was Gescheites drin! Ruhe! Muss mal gucken, wo mein Vivi Kind ist? Okay, jetzt frag ich mich wirklich an! Bei irgendwo rechts von uns! Über uns! Ja! Wo bist du denn? Ich komm nicht mehr hoch! Ich bin irgendwo jetzt! Vivi orientier dich auch mal an den Pfeilen, die hier bei den Charakteren sind, ne? Wo die Leute sind! Ich glaub ich kann... Nein! Ha! Willst du mit einer Statt oder was gegen mich wirken oder was? Wo seid ihr runter? Ich bin ne Frau mit dicken Brüsten! Jetzt kannst du mich mal kreuzweise, du Limmel! Warte mal, ich kann mal hochgucken! Ich zeig dir mal, wo das lange harte Ding hängt! Halt, genau unter dir bin ich jetzt! Oh ja! Genau da sind wir runtergegangen! Okay! Bist du lieb? Hallo! Ich hab ihn gebasht! Bist du lieb? So, jetzt muss ich grad... Hier! Also der da unten ist mich lieb, das weiß ich! Der ist jetzt hier lang! Okay! Garen lang! Und glaub ich jetzt hier runter ist er, glaub ich! Au! Ah, da ist er ja! Da ist er ja! Äh, so nicht mein Freund! Bist du lieb? Na, Elena! Achso, tschuldigung! Du hast gefragt, bist du lieb? Ich wollte es dir nur ausprobiert haben! Lena ist nicht lieb! Ich nicht! Lena ist nicht lieb! Ne, das war's! Die tötet alles sofort! Nein! Ja, auch wenn's Freunde sind! Ja, wenn's dir überhaupt nichts machen will! Freunde sind Feinde! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich find dich hier gerade echt um nichts! So! Boop! Kierig auf der Suche nach... Titanium! Ich schnurre! Eigentlich würd ich mich gerne nach oben buddeln, weil... ihr hier abgehauen seid und ich nicht mehr weiß, wo ich diesen Planeten finde! Alter, hier sogar tanzen! Wuhuu! Find ich auch damit! Einfach nur so geiles kann! Nicht gerade runterbuddeln! Sonst kommst du nicht wieder raus! Was? Ach da hier lebt ein Mensch! Was ist denn hier los? Alles was ich mach wird immer mit Kritik verbunden! Na, wieso Kritik? There are some funny species out here! Ich brauch doch keine Kritik! Sam ist einfach alleine auf dem Wasserplaneten und redet mit mir selbst! Nein, ich hab Menschen gefunden! Ich hab Menschen gefunden! Er liegt hier unten! Was ist ein Mensch gefunden? Ich will wissen, was hier ist! Oh! Aua! Tödliche Fallen! Das hört sich an wie ein Wasserfall, wenn ich ehrlich bin! Ja! Wer ist rechts von mir? Ich komme, Lena! Ich grabe mich auf dich zu! Ich fühle mich gerade wie bei Susi und Strolsch! Nur dass wir uns mit Erde entgegenkommen! Aua! Aua! Ja, genau! Sam ist tot! Aua! Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht bin! Da haben wir doch was! Was ist das? Das ist voll bei Silber! Au! Kein Schwein braucht hier Silber! Ja! Das, was wir nicht brauchen in der Zeit! Da ist noch Kupfer da oben! Ja, ich seh's! Nehm ich mit! Also wenn ich sterbe, ich hab Kupfer dabei! Was haben wir da unten? Ich arbeite mich jetzt erstmal nach oben! Titanerz! Titanerz! Wow! Okay, wir haben eine... Ihr kommt jetzt erst auf Titanerz? Warum zur Hölle wächst es, äh... Ihr seid ja... ...gut! Titanerz wächst nicht! Ja, aber warum... Ja, oder warum? Ist es im Grünen? Das ergibt gar keinen Sinn! Das, finde ich, ergibt gar keinen Sinn! Aber egal! Ich wollte gerade sagen, ist doch egal! Hauptsache wir haben's! Suche nicht den Sinn bei Starbound! Ansonsten wirst du deines Lebens nicht mehr froh! Huhuhuhu! Ah! Jetzt bin ich tot! Oh, wir müssen wieder zurück ins Grüne! Da ist kein Grünzeug, ne? Was ist denn das? Ein Grünzeug? Wolfram! Shit, ey! Hast du deinen Titanerz verloren? Was? Gibt's nicht, ne? Nein! Alles kann ich zuerst überhalten, aber alles andere habe ich verloren! Pfff! Pfff! Trab ich mal hier weiter! Oh geil, Alter! Ja, wir können schon verschiedene Wege einschlagen! So ist es nicht! Los ist es halt dann doof wegen dem Blut, ne? Wenn man irgendwie stirbt! Ja! Das definitiv! Trag mal mich! Ich wurde alleine gelassen! Danke! Bitte! Pfff! Er hat genug Tankschen! Ich mach's nicht! Ich bin so frei und mach's mal nicht, weil ihr gemein zu mir seid und habt mich alleine gelassen! So! Peng! Au! Getroffen! Mitten in mein Herz! Au! Ich ruute! Au! So gemein bin ich jetzt echt glücklich! Au! Ich hab ja riesige Höhe gefunden! Aua! Ich auch! Boah! Okay, ich glaub nicht, dass du da runterfallen willst! Hm! Hm! Kümmer mich jetzt ein bisschen ums Economy hier bei uns in der Putze! Da ist was! Achtung! Hm! Nö! 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 Steh auf! Tschüss! Stör doch! Schliesslich kann halber auch leider! Oh! Du hast da Packern ansteigen! Wie viele denn? 39! Guck mal, ist doch nicht schlecht! So! Das hab ich mitgenommen! Das auch noch! Nö! Oh Gott! Ich hab jetzt mal ein paar Packern! Wieder Titanium! Schön will ich! Oh, ich hab Hunger! Messer und Garten! Ich trabe mal hier weiter! Ja! Dann muss ich was essen! Wer frisst denn da gerade was? Ich will das auch frischen! Oh, also so! Da wurde jemand getroffen! Lena frisst! Ich hab gegessen! Da hat jemand Schaden gekriegt! Ich! Seid rechts von mir! Ich seh dich gar nicht mehr! Nö! Ich seh dich gar nicht mehr! Du siehst mich auch nicht! Aber ich höre euch! Ich seh aber die Vivi! Da hat jemand... Und ich höre den Sam! Das bin ich! Ich grabe mich hier einfach parallel zu Vivi entlang! Na, ich grabe mich gerade immer weiter nach unten! Oh! Ich hab die nächste Hülle gefunden! Ich hab die Tarnerz! Ich glaube hier geht es ein bisschen tief runter! Hey Vivi! Hey! Ich brauche mal zu dir! Ein Viech! Na sauber! Na komm her! Komm her! Was wirst du von mir? Ich bin besser wie ihr alle! Jetzt wird er übermütig, der Junge! Glaub ich auch! Ja! Jetzt gehts los! Jetzt gehts los! Jetzt gehts los! Oh cool! Ihr seid dabei jetzt gewundert! Die Lichter! Auf der Skala meiner großen Brüste! Alles klar! Da schreit das Bier aus ihm ja aus! Was? Wieso? Weil? Haben wir was entdeckt! Und was? Darf ich auch mal große Brüste sagen? Du sagst permanent große Brüste! Offenes Steingrab! Yay! Große Brüste sind cool! Das ist ein riesiges Vieh! Ich benenne mir diesen Kanal bald Brustkanal! Ja! Das ist ein Flurschi! Und ich benenne meinen Kanal bald FSK 18! Oder das? Die Brüste sind die Spezialitäten! Ja! Nach-äh-nach Hausmacherart! Genau! Warum darf man denn... Warum darf man denn... Brüste rausgemacht! Eben! Pfeffersauce! Beliebiger Soße! Ah! Okay! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! So! Hunger Hunger Hunger! Ich hab noch kein einziges Mal diesen MM auf! Entschuldigung! Aufgemöbelt! Oh! Ähm... Hast du genug Punkte? Guck mal! Da ist Titan! Nimm's dir! Was? Ah! Da ist Titanium! Na! Da! 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 Ich hab schon wieder... Hunger! Ich hab nicht so... Ich versuche immer neutral zu sein und krieg immer nur wieder einen reingedrückt! Neutral wenn du permanent mit Brüsten irgendwer um dich schmeißt? Was? Was für ein Bild im Kopf? Alles klar! Hier! 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 Ich weiß doch, worum's geht! Noch jemand ohne hier! Ich akzeptiere es! Nein! Musst du doch gar nicht! Alles gut! Alter! Ich hab ne vier... Nein! Ich akzeptiere es! Nein! Wir haben dich lieb wie du bist! Du bist nur sehr brustorientiert, wenn du eine Frau spielst in Spielen! Nein! Ja! Doch! Was? Nein! Ja doch ist es! Geh weg! Ne ich geh jetzt nicht weg! Auch nicht! Nein! Ich akzeptiere es! Ja ist ob! Ich bin nur gerade... Kann mal jemand nicht zu mir kommen oder so? Ich könnte eventuell Essen gebrauchen! Oh! 8 Eisen... Titanium jetzt! Tja... Wir sind auf dem Weg, würd ich sagen, ne? Ja! Von den Wellen aus... Ja! Ja! Pfff! Ja! Ey! Ihr seid auf einer Höhe von mir! Wir sind auf einer Wellenlänge! Ja! Bist du links rum? Ey! Da ist er! Hallo! Hallo! Ich liebe euch! Nein! Hallo! 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 Ihr habt mich zurück auf einem Planeten gelassen! Was soll ich davon halten? Komm doch zu uns! Einmal! Ne! Bis spät! Dreimal! Aua! Jetzt will ich nicht mehr! Dankeschön! Achtung! 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 Steppt ihr mal gut alleine! Nein! Ich überlebe! Nein! Ja das tut du auf jeden Fall! Kommt mal mit! Vielleicht! Da hatte ich auch Hunger! Ja Bulei da! Das reicht! Das reicht! Entschuldigung! Weil ich hatte leider das Glück! Bis genau in dem Moment! Warte mal! Warte mal! Das ist so! Tief! Ja! Ich bin tot! Ja ich bau mich gerade nach unten! Du kannst da sogar gleich! Du kannst wieder bei mir joinen! Oh nein! Er bin nicht mein Luteinsame! Das ist meine! Ja genau! I believe I can die for the sky! Before the sky vielleicht! Oh! Quatsch! Vielleicht solltest du nicht... Sterben? Ja das auch! Oh wie süß! Oh! Guckt mal was ich habe! Wo bist du denn? Wo seid ihr denn jetzt schon wieder hingelaufen? Oh Gott! Oh Gott! Oh! Guckt mal! Das ist was süß! Da geht irgendwie von der Steintreppe runter! Lena wo bist du? Ach wie süß! Was hast du denn auf dem Kopf? Das ist eine Mütze! Eine Bärchenmütze! Ja! Die ist was süß! Die habe ich da in der Truhe gefunden! Oh süß! Da ist was im... Im Fels! Da fliegt's! Zeig! Bärchenmütze! Nimm deine Waffe runter! Ah! Süß! Putzig! Tötet es! Nein! Wie wie? Du bist süß! Stimmt! Du bist jetzt voll im Beuteschirm von Sam! Oh oh! Tötet es! Ah! Hier war ich doch glaube ich... Ah! Weg! Weg! Es fixiert mich! Ih! Es pupst aus dem Mund! Es spuckt! Tötet es! Wieso? Das ist jetzt aber nicht niedlich! Aber es ist gut, es zu töten! So! Ah hier geht's weiter! Wer will? Okay! Wer will? Wer will? Wer will? Wer schreibt da wohl? Mondstag? Dienstag? Alles hält schlimm? Ich hab das Grab gelootet! Sehr gut! Wieder so ein Manipulator-Ding! Halt! Da seh' ich doch was! Lena, leuchte doch mal dahin! Hm? Da liegt ne Fackel! Leuchte da runter! Hier unten! Nee! Hier ist Stingsbums! Da ist Titanium! Oder wie auch immer das heißt! Bitteschön! Da war nur Eisnerz! Ne, das ist Kohle! Ach Kohle! Nee! Aber da liegt, äh, Ding! Aber da! Aber da! Aber da! Aber da! Wolfram! Oh! Da unten ist auch Zeug! Guck mal da! Ja, das ist Eisen! Ja, Quatsch! Silber! Autsch! Ha! Autsch! Da unten lag Wolfram! Hier! Ah! Hier ist Titanium! Guck mal! Ach! Guck mal! Ein bisschen unten drunter! Na ja! Gut! Auf! Gut! Ich hab dir mal waschen gesetzt! Dankeschön! Ich wünsche auch Lena! Ich hab auch 149 Fackeln! Okay! Also, wir sollten, glaub ich, nicht sterben dabei! Wir werden ja nie wieder hochkommen! Ja, komm her! Komm her! Komm her! Ja, komm her! Versuch mich! Ja? Komm! Versuch mich! Schlägt mal an mir! Versuch meine Brüste! Versuch meine Brüste! Ah! Meine Brüste sind wehrhaft! Die können laktieren! Oh! Stopp! Ich geh rüber! Ah! Na ja gut! Kleines Loch! Kleines Loch! Ich weiß, wo ich hin will! 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 Übrigens drückt mal STRG und bewegt mal die Maus! Na? STRG und die Maus! Ja! Dann könnt ihr euch umgucken! Jaja, das ist mir auch schon aufgegangen! Ja, hätte ja sein können! Ich mein, Lena du beteilst dich ja immer sehr, sehr gerne als Omi, also... Als Omi? Ja! Weil ich so keine Ahnung hab von gar nichts auf! Aber das hab ich schon rausgefunden! Und zwar tatsächlich... Ja gut, das wissen wir ja schon! ...in der letzten Folge, per Zufall! Au! Uff! Da 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 ist eventuell... Was? Aua! Ein Stalaktik! So, weg damit! So, was haben wir hier? Wo war? Ich hab mir ehrlich gesagt... Wer ist denn... Wer ist denn die Titten? Hängen die Titten von oben runter oder sind die Titten von unten hoch? Ne, Titten... Stalaktiten gucken von oben runter! Und Stalagniten von unten hoch! Achso! Von der Wirklichkeit hast du das gewusst! Du hast uns davon getestet! Ihr habt die Taten erst übersehen! Das ist gelogen! Das hab ich jetzt mitgenommen! Nicht so schön, beide! Deswegen... Challenge Dungeon! Challenge Dungeon! Challenge Dungeon! Challenge Dungeon! Challenge Dungeon! Schnell runter da! Ich will da hin! Meine Ohren! Bibi, bau dich nach unten! Wie, Gott! Bitte was? Aber sterb nicht dabei! Aber sterb nicht dabei! Ja, das ist ein guter Tag eigentlich! Ja! Dena, du auch! Wartet! Wie zur Hölle seid ihr da runtergekommen ohne zu sterben! Wir haben uns gebuddelt! Ich hab mich gebuddelt! Achso! Danke, dass du mir eins weggenommen hast! Entschuldigung! Alles gut! Behalt ruhig! Ich will da gar nicht mit! Ja! Geh dir mal rein! Nein, du kommst nicht! Dena, du kommst nicht! Ah, ich werd sterben! Oh! Mit dieser Gruppenschwang! Ich werd auch sterben! Oh! Katzen und Häschen! Okay, Challenge Dungeon und dann Katzen und Häschen! Oh mein Gott! Ich hab nen Hasenhut! Nein! Nein! Oh, toll! Wow! Dötet den Hasen! Kann ich da rüber hoch? Nee, oder? Nee, weil ich glaub die eine... Das Häschen guckt uns an! Oh, Alter! Mach mal die Tür da drüben zu! Hä? Kannst du nicht? Geht nicht. Tschö! Sam, willst du auch? Was? Nö! Die Tür geht nicht auf, oder? Nee, die Tür geht nicht auf! Ich hab jetzt aber nur noch keine Ahnung, wo's weiter geht! Oh! Ich sollte mich heilen! Nee, die geht nicht auf! Oh, wo geht's jetzt weiter? Wo haben wir ein Bier? Hm, ist ja merkwürdig. Ich hab beinahe gefallen. Ja, ist ja merkwürdig. Merkwürdig. Hä? Musst du da hoch irgendwie, oder nicht? Oh, das Häschen guckt zu erweitungsvoll. Ja. Hör dir das. Nein! Ja. Vielleicht doch? Äh... Ich glaube, das war... Das ist schon alles. Irgendwie... Ich bin gerade im Minimalent. Das ist tatsächlich alles. Wir mussten... Zwischen zwei... Führenden entscheiden. Ja, das ist die dann schon. Alles klar. Wir konnten uns zwischen schlafen und... ...dem anderen entscheiden. Ne. Aber jetzt erstmal... Moment! Ganz wichtig! Sehr, sehr wichtig! Wo ist es? Da! Hm, was? Oh Mann! Jetzt hat sie ein Bärchenhut und ein Häschenhut! Oh! Oh, Booyah! Ich will auch noch Mut haben! Im nächsten Dungeon! Hier geht's weiter! Ah! Alles gut! Oder auch nicht! Ja, gut! Eventuell hier nicht! Hier könnte es eventuell ein bisschen tief runtergehen! Ach, Mann! Ihr solltet euch heilen! Ach, nee! Ach, nee! Aber hallo! Sollt die das? Ah! Doch! Ne, hier will ich doch nicht hin! Was zur Hölle ist er? Was denn? Ich hab doch gar nichts gesagt! Das war doch gar nicht ich! Doch! Weil du immer sagst... Aber hallo! Du weißt doch gar nicht wie es uns geht! Weil du da irgendwo im Arsch der Welt bist! Und kommst nicht zu uns! Ja! Ich seh eure Hilfe bald! Ihr seid beide kurz um... Nein! Du siehst doch gar nicht! Die kannst du gar nicht sehen! Was ist denn los? Wir sind doch am Leben! Wir... Wir kommen klar! Die kann ich sehen! Weil wir in einer Gruppe sind! Wir kommen klar! Oh! Okay, alles gut! Ich habe überlebt! Ja, aber gerade so! Gerade so! Hä? Es ist Samstag... Ich hab noch fast... Ich hab noch fast... Und meine Stimme versagt! Aber mehr als genug Leben noch! Ja, Tatsache! Was... Ansonsten wär's spannend! Ich habe kurz bevor ich unten aufgekommen bin... den Double Jump benutzt! Ihr solltet euch vielleicht nach unten irgendwo bauen! Ja, und ich nehm ganz viel Titan mit! Ja, ich bin... Eventuell vielleicht auch... An einem... An einem oder anderen Titan... vorbeigeflogen! Hä? Ich weiß auch nicht, wie dies passieren konnte! Nee! Oh, naja! Ih, was bist du denn für ein hässliches Feeder? Kein Grabbinghook? Nein! Wo soll ich eigentlich mal gucken? Oh! Hier ist Schwefel! Oh, schon wieder den entdeckt! Nein! Oh Gott! Bist du gestorben? Ja! Ja! Dann musst du zu Lena gehen und nicht zu mir! Ich bin Typer! Ja! Ja! Dann musst du zu Lena gehen und nicht zu mir! Bleib mal stehen, wo ich bin! Vollsterb! Oder ich! Ah! Wir sind ein paar Viecher eventuell! Oder vielleicht! Ich wollte eigentlich nur auf mein, äh, Gebautes überspringen! Hoffen wir's mal! Weil die, ähm... Wollte jetzt eigentlich bei... 72% liegen eigentlich! Wieder gestorben? Nee, ne? Nein! Wir sehen uns übrigens in der nächsten Folge! Bis dahin, Studio, und tschüss! 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 Konzentriert an der Leiterbahn! Huh!